Einen Moment Egal, ich bin doof Okay Das darf für's doof sein Ich bin aus Versehen auf diese Windows-Taste gekommen Und, ihr seht, da unten ist schon ein Zombie, das liegt daran unter den Schwert in der Hand Dass wir eine Nacht hier hatten und gerade eben Time-Day gemacht haben Weil wir natürlich am Tag anfangen wollen, jetzt müssen wir uns nur in Acht nehmen Weil wir haben schon einen Creeper gesehen und etliche Sachen Also, würde ich sagen, kriegt man hier Schaden, wenn man runterfällt? Nein, Junge, sind die Zombies schlau geworden, Alter, der hat's ins Wasser gesetzt Ja, aber ich bin jetzt hier in der Version 1.7 Das ist natürlich nicht so gut Und am wichtigsten ist natürlich erstmal Holz holen Komm hier hin, mein Junge Junge, pass auf Ja, chill, solang nix hinter mir kommt Junge, da war grad ein... Alter, was, ich hab so Angst... Creeper, Junge Ich weiß, ich seh's, Junge, das ist so behindert Hm... Aber das Biom gefällt mir hier schon mal erstmal Ja, mir auch, wir sind auch an der Insel Echt? So, jetzt müssen wir nur noch rausführen, ob das gut oder schlecht ist, warte mal Ja, wenn wir auf der Insel sind, wär's ziemlich ranzig Ja, wir sind auf einer Insel Und einer kleinen? Ja Ja, geil Reichweite Also, soweit ihr wie ich sehen kann, ist die Insel Huh... Das ist ja schon mal... Sehr gute Voraussetzungen Ja, dann... Übernachten wir hier eine Nacht, dann gehen wir morgen weg hier Weil da können wir die... Gut? Ja, was ist wenn das so ne Lonely Island ist, wo nichts mehr ist? Ach... Ist schon nicht so... Dahinten, ich seh schon ein paar... Sachen... Wir können nämlich die Kühe... Wir können nämlich die Kühe und Dinge mitnehmen Ja, okay Warte mal kurz... Options... Äh... So war riskant, ne? Ja... Ist halt so... Ich brauch auf jeden Fall jetzt schon Essen Oh, ich hab nen Apfel Cool Dreh mal Essen Ich mach nen Gewürkband Ich glaub das war dumm Einen Apfel zu essen Hoffentlich ist der Creeper nicht irgendwo in der Nähe Hier sind mehrere Creeper Ich mach mir jetzt mal so ne kleine Kuppel damit Bisschen sehen kann Junge, das ist richtig gefährlich hier, ne? Ich hol mir Stein... Uns Stein... Ups... Bisschen noch Holz Aber wir müssen noch Boote machen und so Und Kohle auch Das stimmt Und ich hab so Angst, dass von oben so... Irgendwie so... Wenn ich jetzt hier in der Mine bin, sowas kommt Schöne Musik kaum noch Aber es kommt da, das ist immer so ne leise Stelle Weil das ist so voll unausgewogen Weil wenn ich manchmal Ziemlich leise hab, da kommen so richtig Stellen, die Schon so... Normal sind, aber manche Stellen sind dann voll leise, die man kaum hört Aber wenn ich das dann wieder lauter mache, dann sind die lauter und stellen richtig laut Okay, das müsste erstmal reichen Schade, dass ich keine Kohle bekomme Das sind richtig viele Kühe, das ist schon mal gut Ja Können wir alle mitnehmen Oh, ich will Kohle finden, wenigstens eine Kohle Ich hab jetzt schon 14 Heuls Soll ich schon ne Kuh töten Ah... Ah, Junge! Ich werd von Greenpoint umzingelt Geh auf den Baum Ja, Junge Ja, okay, jetzt Alter, ich bin ja geil, ich bin unten Junge, der ist da? Da Junge, geh weg Da unten sitzt ein Apfel Links Links von dir Oh, Junge, der hätt ich grad fast umgedreht Ich hab's gesehen Warte, ich lock dich mal Ich geh auch auf den Baum Ja, der kommt weg Hol den Apfel noch Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der Ah, Junge, mach mir doch nicht so, Paradas Wo ist der denn? Ich weiß es auch nicht Ah, der ist da unten Alter, das ist ja so ranzig Oh nein Oh nein Wo ist der? Ist er auf dich? Weiß ich nicht Ja, ich glaub schon Da hinten ist noch einer Der kommt, der kommt, der kommt Oh, kann der zu mir kommen? Ich weiß es nicht Nee, ihr seht jetzt wieder unten Junge, Junge, Junge Ich hab mich so erschrocken Oh ja, der kann nicht zu mir Haha Hey, wie komm ich jetzt wieder an Land? Warte, ich kann ihm irgendwie hauen Oh Oh, Junge Egal, Junge Ein Problem weniger Hä, wie viele Herzen hast du gerade? 90 Jetzt hab ich 82 Wie viele Herzen? Äh, anderthalb hab ich weg Hä, wie sagt man denn dann 82? Keine Ahnung Hä? Ich hab hier gerade eben noch Bambus gesehen Hast du's mitgenommen? Ja, hab ich Alter, bin ich ja am suchen Ich muss die Workbench Ja, geil Danke, Tenno Ah, hier Ich will die Kuh noch hauen Lass mal hier kurz nur so ne Barriere machen Ich hab echt keinen Bock, dass hier gleich noch ein Creeper so hingejumpt kommt Lass doch so schnell Lass doch vor Abend am besten weggehen, oder? Ja, weil, aber dann lass schnell die Kühe töten Jetzt Ja, ich geb dir Schwert hier Ja, okay Okay, go Auch alles, was du findest, einfach mitnehmen Aua, ich hab irgendwas... Nicht sprinten, ne? Ja... Ah, jetzt ist... Alter, ich finde grad gar nix Da hab ich ein Schwein gehört, aber Jawoll EP Hey, wo ist das Schwein? Ich hab meine Minecraft Musik gar nicht an Also, meine Minecraft Sound Mach an Ja, warte Oh nein Du hast kein einziges Tier bis jetzt gesehen Nein, ich hab schon wieder die Herzen verloren Junge, bist du eigentlich behindert? Ja, ich muss vom Creeper weg Achso Meine Herren Schiebt der hier wieder welche? Ja, wir kriegen erst wieder Dings, wenn wir Gold haben Ich weiß nicht, ob der Creeper zu mir kann, aber ich will meine Letztes Mal... Achja, letztes Mal in der Season haben wir ja gestript mined Diesmal haben wir uns das selber verboten Warte, ich mach kurz Aufnahmestopp Wir haben boah so ein Minecraft Nee Also ein 60 Normales Holz Sand 1 Sand 1 Mhm, ist doch neben dir Ja, ich glaub aber ganz wenn ich da hingehe, dass da Dings kommt Wasser Nämlich sehr wahrscheinlich Du hast schon Dings rein getan Was? Mach hier mal noch ne Work... äh Furnace hin Tu mal noch nen Ofen dahin Machst du? Ja, mach ich Ich hab auch noch Fleisch Warte, das Fleisch kann ich da rein tun Verbrenn einfach die Saplings So Nein, wir brauchen die, wir brauchen wertvolle Saplings Den Apfel nicht essen, ne? Ja, natürlich Deswegen will du... Ich musste grad eben Apfel essen Weil... Ja, weil... Ab jetzt nicht mehr Ja, ja Die Kacke ist, wir wissen nicht wann morgens ist Und wenn wir rausgehen, könnte sein, dass uns ein Creeper direkt auf die Fresse haut Nimm einfach hier so ein... Dass du Glück gehabt Guck, du musst hart am Limit leben, keinem Nur Rüsten auf an Das ist mein Motto Richtig Ja, tu da jetzt aber anderes falsch an, sonst ist das der Dingsverschwendung Ja, ja Chill Mach ich ja, ich nehm die Hälfte davon Das ist ne super Idee Oh Oh Gib Warte, warte Hä? Ich hab Angst, Alter Okay Es ist Tag, ne ne? Ne, ne Wie schon in der alten Ziegen Wie schon in der alten Ziegen So, ich mein mal weiter Äh, nix wie im Main Also, wie graben wir jetzt? Jawoll, Eisen Wie graben wir jetzt? Gar nicht Also, können wir nicht geradeaus runterraben? Nein Und jetzt nur die erste Nacht von mir aus, weil wir können ja sowieso nichts anderes machen Aber wenn wir später so Sachen, so Gold suchen und so, dann... Müssen wir kreuz und quer Nein, dann müssen wir Cave suchen Achso Okay Also wir dürfen nur oberhalb Cave suchen, ne? Ja Ja Dann werden wir minimiert, nicht schlecht Äh, das ist aber auch Cheating, ne? Alter, voll dunkel Mag ich nicht Lass mal die Fackel von hier Oh, jetzt ist es wieder ewig Nacht, ne? Noch da tun Oh, ich hasse es Na gut hätten wir Saplings 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 Äh, Seeds Ich hab einen Seed Ich hab so lange nicht mehr Minecraft gespielt Ich hab einen Seed, aber ich glaub der Ja, aber kein Wasser Okay, es wird jetzt Tag Hast du, wie viel Eisen hast du? Drei? Acht Ja, okay, dann mach mal einmal schonmal Äh, wo ist unsere Kohle? Ah, ich hab die Warte Da Okay, es wird jetzt Tag Ja, lass dann gleich rausgehen, erstmal kurz warten Wir sind solche Behindys Gibt's eigentlich neue Achievements? Kein Plan Ja Nix besonderes Äh, lol Zwei Iron Ingoods Wie viel Leder hast du? Wie viel Leder hast du? Lass euch rausgehen Wie viel Leder hast du? Wie viel Leder hast du? Äh, hab ich schon in die Küste getan Okay, dann haben wir 10 Ich mach uns beiden mal nen Hut Da hinten ist ein Creeper Der sieht mich aber nicht Und da vorne ist ne Kuh Wie wär's wenn du das nächste Mal die Hütte zu machst, weil... Das ist auch ne Insel LoL, da hinten ist ne Steininsel mit Kohle und so Echt? Ja Ich lad, ich lad schonmal schnell hin, ja Ja, ich auch, wo, 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 wo? Warte, warte Das sieht die Kühe nicht töten, ne? Ja Hier bleiben wir erstmal Da sind Skeleten im Wasser, also komm hier rum Oh, Jungen, wir müssen nochmal Matmos Sound mit installieren, der war eigentlich ganz geil früher Ne? Mhm Tanner? Ja Hast du gehört? Ja Ja, nice, da haben wir schonmal Rohstoffe Ah, ist aber nicht groß, ne? Ja Auf jeden Fall hab ich zwei Cola aber dann gesehen Ja Das sind dann schonmal 20 Kohle Junge, doch, das ist groß, oha Ja Hier ist ne Cave Jawoll, oha Das ist erstmal an der Oberfläche aber ab Ja, ja Ach, hier ist wieder Land Da links war richtig viel Kohle Hier ist wieder normal Mhm Hier ist auch nochmal Kohle Hier ist ne Cave Hier hinten ist auch nochmal ne Cave Warte, ich mach mal hier so Einen großen Holz, ach Oh ne, wieso ich denn jetzt runterkomme Ich versuch mal Seeds einzusammeln Ich versuch mal Seeds einzusammeln Ich mach, ich mach mal so nen großen, ähm, Dirt-Ding hier, ja Damit wir wissen, dass hier ne Cave ist Holst du Seeds? Ja Okay, ich boah die Kohle Wie viel Seeds? Keine Ahnung Oha, da ist richtig viel Kohle Da vorne war noch ne Kohle, ah Da vorne war noch ne Kohle, ah Das sind Tannenbäume Selten ist Schnee, Bi-Jungen Ah, hier ist Gravel, das ist auch gut Versuch ich auch mal mitzunehmen Oh, ich find ich hier ne Schaufel Oh, ne, ich komm nicht in Schaufel Ähm, Schnee jetzt im Nachhinein, dann machst du mal einzelne Parts